Und bevor wir jetzt die Bühne wieder frei machen, ihr seht ja hier hinten ein unwahrscheinliches Aufgebot an Backline, wie wir sagen, Backline, das ist das Spielzeug des Musikers, das von Menschen aufgebaut wird, weil er selber entweder zu Frauen oder zu Blöde dazu ist, das ist ja auch bei uns so, wir haben Leute, die machen das vor uns so, und hier hinten, wenn wir, also wenn wir nur die Hälfte von dem benutzen, was hier hinten steht, dann wird das Henning vorhin abgesagt. Und bevor es aber soweit ist, haben wir noch ein kleines Liedchen für euch, das wollen wir euch nicht vorenthalten.